ja 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 1 2 alle leuten wir kommen zurück zu einem neuen Video ja und wir zocken heute schon auf ihr wenn ihr mich schon nicht abonniert habt dann bitte jetzt kosten zu abonnieren vergesst nicht wie die Glocke zockt die mir verpasst ihr keine Videos mehr von mir ja und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video ja Leute danke für 200 Abonnenten 200 das klingt wenig ist es aber nicht weil das ist schwierig zu erreichen ich habe eigentlich noch so 202 oder 3 Abonnenten aber das ist ein 200 Abos Special sozusagen ja und was machen wir heute wir werden heute Bomber Royale spielen äh versuchen besser zu werden und länger zu überleben und eine kleine Frage an euch äh soll ich mal GTA 5 online auf meinem Kanal hochladen weil ich hätte schon Lust drauf aber die Frage ist ja nur ob ihr Lust drauf habt also ich schon ja und wir fangen dann mal an mit Bomber Royale und ihr könnt mir auch andere Spiele in die Kommentare schreiben die ihr vielleicht auch gerne sehen würdet in 7 Sekunden geht's los ich muss mir eine Ecke suchen hinterhaken auspacken zack und schon bin ich draußen auf diesem Dingsschiff bin ich äh ja jetzt muss ich ganz viele Bomben werfen ich muss einfach nur überleben auch ein paar Kills machen natürlich ohne Kills geht's nicht oh da habe ich einem Schaden gemacht komm schon ja schon wieder komm den krieg ich komm schon oh da fliegen oh da fliegen Bomben oder fliegen Bomben oh nein oh nein einfach nur überleben Ah, schade, ich habe Damage geklickt. Und weg hier. Einer wurde gekillt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Einer wurde wieder gekillt. Ich weiß nicht, ob ich das war. Könnte aber sein, aber könnte aber auch nicht sein. Oh, oh. Nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Halt, stopp, jetzt rede ich. Oh, 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 oh. Oh nein, oh nein. Das war jetzt der dürmste Fehler. Ich war einfach durch ein Loch durchgefallen. Aber ich bin 14. Platz. Wow. Je länger ich überlebe, desto besser. Steingrenzpinata und 100 Cupid's, habe ich bekommen. Enterhaken, auspacken. Und let's go. So, einfach nur ausweichen von den Bomben. Aber die Bomben springen halt wie so ein Flummi. Wow. Man muss halt... Nein! Man muss halt immer wieder ausweichen können. Ja, perfekt, perfekt. Genauso möchte ich das. Genauso möchte ich das nicht. Ah, geh mir aus dem Weg, ey. Ich muss abhauen, jetzt ernsthaft. Nein, 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 nein. Lava ist sehr böse. Komm schon. Klein bissl weg, das. Oh, können wir an den Bomben liegen? Die hier überall explodieren. Oh nein, der hat sich geheilt. Und der hat sich mit dem Enderhagen-Beckel-Dingst. Ja, komm schon. Boah, da kommt mir eine Bombe entgegen. Oh. Komm schon, den muss ich kriegen. Alter, der wird ja bombardiert. Wie sonst was. Aber ich habe ihn leider nicht gekillt. Wo, 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 wo. Das ist viel zu viel. Da ist es viel zu viel. Natürlich kommt es ja auch an meine Richtung geflogen. Ich muss schnell weg. Ich muss schnell weg. Ich bombardiere mal dabei den. Oh, Alter, hab ich erschrocken. Ah, elfter Platz. Diesmal besser. Oh, diesmal diese mit. Ne, gesuchen. Einterhaken auspacken. Und. Let's go. Und ich habe. Es hat gelegt, er gesagt. Ja, genau diese Bombe will ich haben. Weg, also wie, mit R1 werfe ich die. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, schade, nicht getroffen. Irgendein geleckt ist ein kleines bisschen. Wow, da kommt mir doch in meine Richtung. Wow, hinter mir. Ich habe mich gerade gefragt, von wo der Geräusch kam. Oh, nee, Mann. Von jeder Seite werde ich bombardiert hier. Da, dass ich das... Ach, komm, ey. 14. Platz schon wieder. Besser werde ich irgendwie auch nicht. Was? 14.000 Erfahrungen dazugewonnen. Was habe ich bekommen? 36 Abendeuro. Ach so, ich hatte ja eine Aufgabe aktiviert. Ja, nice. Äh, ja, es geht ja schon los. Und daneben. Super, mir gefällt's. Oh. Oh. Oh, nein, 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 nein. Das war nicht geplant. Das war nicht geplant. Komm schon. Den muss ich killen. Äh. Alter. Bung. Nein. Nein. Alter. Warum muss ich diese Ausweich-Dings... also diese Vorwärtsrolle so lange aufladen hier? Aber ich schaff's noch zum Glück rechtzeitig. Komm schon. Ein Kampf gegen den Tüten. Ja, einmal angehittet. Das ist gut. Boah, da kommt der Bombe. Oh, schnell weg. Wo, 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 wo. Ja, nochmal angehittet, ist gut. Komm, flieg in irgendein Loch rein. Oh, nochmal angehittet. Und der fliegt weg. Und der ist da. Komm schon. Na, wo ist er? Da. Oh, da ist diese eine Bombe. Schnell schnappen. Ach, komm. Ach, komm. Nee, Mann. Nee, Mann. Kann's komplett vergessen. Ach, nee. Ey, wieder Platz. Schon wieder. 21.000 Erfahrungen. Man bekommt richtig viel Erfahrung davon. Und drüber. Und einmal diese Bombe schnappen. Ach, komm. Nee, Mann. Das darf nie sein. Okay, hier ist niemand. Und schnapp ich mal kurz diese Lava-Bomben. Wow. Na, komm. Alter, nee, Mann. Und? Schade, daneben gesprungen. Alter, müssen die denn so viel schießen? Wieso kann der so viel Bomben schießen? Da kann ich doch auch, wenn ich einmal nur ziele. Oh. Schaden gemacht, auf jeden Fall. Nein, das ist nicht gut. Der mit seinen Labern-Scheiß-Dreck. Er dachte, ich wäre tot. Das bin ich aber nicht. Ja. Der läuft auch noch in meine Bombe rein. Das ist auf jeden Fall gut. Ach, schade. Zwölfter Platz, leider. 18.000 Erfahrung. Oh, Alter, ich bin fast Level 23. Das bringt richtig viel Erfahrung. Junge. Das bringt wirklich richtig viel Erfahrung. Dann mache ich weiter, Bomberoyal. Nein, Mann, jetzt. Alter, da klaut er den Dings. Ja. Äh. Ach, schade. Keiner erwischt. Alter, warum brauche ich so lange, um überhaupt eine Bombe abzuwerfen? Ja, ist ja gut mit deinem Lava-Bomben. Von jeder Seite kommt eine Bombe. Komm schon, komm schon. Ich glaube, ich habe einen einge... Ich glaube, ich habe einen angehettet. Ist nur so eine Vermutung. Komm schon, komm schon. Ah, schade. Immer noch keine angehettet. Perfekt, perfekt. Nein, das ist nicht gut. Boah, Alter, ich habe mich doch gerettet, bevor ich ins Abgrund gefallen bin. Schnell weg hier. Äh, was willst du von mir, Mann? Das ist ja übelst schwierig. Das ist wunderbar schwierig. Nee, Mann. Musch komplett los. Das ist übelst schwierig. Nee. Nö. Das ist richtig uncool. Das ist richtig uncool. Na, komm. Bitte sprung. Nee. Nee. Komm schon, bitte wegspringen. Schnell. Ich kann es nicht mehr aushalten jetzt. Nicht ins Loch rein. Bloß nicht ins Loch rein. Das ist gerade so spannend. Komm schon. So, du gehst rauf. Okay, zum Glück ist hier gerade bei mir keiner. Komm, 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 komm. Na los. Der eine muss dort sterben. Ah, ich kann Bomben spammen. Nee. 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 Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Alter, wir zerstören die komplette Map. Weg hier, weg, hier, weg, hier, weg, hier, weg, hier. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Alter, ich habe mich doch gerettet. 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 Äh. Alter, ist das schwierig. Los. Bombardieren weg. Ah, schade. Los. No. No. Das darf nicht passieren. Nein. Nö. Ich heile mich nur sehr langsam. Nein, die Map wird kleiner. Oh nein. Ich muss mich an den höchsten Punkt hinstellen. Ach, scheiße. Komm schon, komm schon. Ich muss überleben. Ja, ich bin am höchsten Punkt. Nein. Ach, nee. Schade. Ich hätte es vielleicht überlebt. Alter, das war so gut. Das war so eine gute Runde. 33.000 Erfahrung gesammelt. Das ist auf jeden Fall viel. Ja, erst mal kurz im Weltenkreuz gehen und gucken, was ich bekommen habe. Leider nur vierer Platz. Jetzt gucke ich mal, was ich bekommen habe. Bombe, Royal, Münzen. Zwei Stück. Sternenglanz-Pinata und 100 Kübitz. Ja, erst mal die Sternenglanz-Pinata öffnen. Äh, und ich bekomme von 110 Flux. Was bekomme ich hier? Sternenglanz-Sperr. Brauche ich eigentlich nicht. Hier ist noch was. Kann ich gleich verkaufen gehen. Oh, handelt hier jemand? Ich gebe hier mal den letzten Dreck. Okay, der hat den Handel abgebrochen. Er hat anscheinend keinen Bock. Aber schon für diesen, für dieses eine Item würde ich ihm schon so 10 Flux geben. Moment. Hier. Kriegt er. Ne, dafür kriegt er noch 5 Flux. Dafür kriegt er noch 5 Flux. Ja, bist du damit einverstanden? Ja, er ist sogar damit einverstanden. 5 Flux für dieses dreckige Item. Alles klar. 5 Flux. Ich habe den besten Deal gemacht. Auf jeden Fall. Und eröffnet jemand eine Sternglanz von Yara. Und ich habe 10 Flux bekommen. Wow. Mein Eingang ist versperrt. Na, verkauft man den Dreck, was er mir gegeben hat. Und dafür habe ich ihm halt 5 Flux gegeben. Und damit ist er jetzt zufrieden. Auf jeden Fall. Die Handeln einfach immer noch. Moment. Ich will mal kurz. Ich will den mal kurz neidisch machen. Ich tue das mal kurz ab. Mein Ring zum Beispiel. Und tue zwar kurz nur kurz meinen Ring rein. Ich handel nicht. Nur um ihn so neidisch zu machen. Na, bist du neidisch? Was gibst du mir dafür? Wenn er jetzt 100.000 Flux raushaut, dann... Wow. Wow. Was für Items. Die kann ich leicht in einer Minute kriegen oder so. Nee, kannst du vergessen. Das kannst du dir sonst wohin hinschmieren. Das ziehe ich mal wieder an. So. Bleibt mein Ring. Kannst selber dafür farmen, ey. Also echt mal. Macht immer unfair. Immer in un-unfährten Tausch. Da. Diesen Händler würde ich nicht nehmen. Ja, wow. Wow. Was für Items. Ja. Die sind einfach nur... Ja, äh... Warte, für die Summe sind sie mindestens... Keine Ahnung. Ich schätze mal so so 100 Flux sind sie schon wert. Ja, dann... wenn du nicht willst, dann... 50 Flux. Gib mir solche Scheiß-Items. Also. Ja, ist ja klar, wenn auch nur in diesem Machtdrang ist. Ja, jetzt entfernt er alles. Weil er keinen Bock hat. Nö. Ja. Jetzt wollen die alle mit mir handeln. Jetzt hab ich so'n... geilen Shit habe. Warte, ich will... Ich nehm mal kurz meinen ganz alten Ring. Ohne mit zu diesen Ring. Na, was schlägst du vor? Wieder nur Bullshit. Alles, was da gibt, ist Bullshit, weil... Man sieht, der... in seinem... derzeitigen Level kann er auch nicht viel Gutes bekommen. Nein, ich will nicht mit... Queen, bla bla bla. Ich will mit... Ja, ich will mit ihm handeln. Mal gucken, was er bietet. Für diesen Ring. Ja, du musst mir schon was geben. Du musst dir schon was geben. Da hat er abgebrochen. Ja, oder? Dann beendet ich mal besser die Aufnahme. Wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, dann klickt in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Und abonnieren nicht vergessen. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Jun an. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.